herzlich willkommen und ne ich habe keine ahnung ich habe nichts gelesen und so ich hatte jetzt mal so zehn minuten mal ein bisschen gegoogelt immer alle tipps wollte ich mir holen im internet siehst du hat nichts da kommt nur so verbergen versteckt sein sich verstecken da steht nichts irgendwie von verbergen allgemein wo man es her kriegt wir werden es ja schon irgendwie finden ich will jetzt noch mal das ist mir dann gerade beim ist mir dann ein bisschen aufgefallen beim durchswitchen und lesen und das wir ja hier wird es wieder dunkel sein drin dass wir hier noch die mine irgendwie die mission haben habe ich gesehen ja hier aber hier ist dieses verbergen eisenbach und stahlbach das ist was wir schon haben hier finde einen großen schmied um diesen robusten werkzeug nur ein stehener spitzhack wird robust genug sein um diesen fest ich muss einen großen schmied von kassadin betrieb und feuer zu schüren aber wir hängen hier ein wenig nach hat das nicht zufällig haut fetzen haben wir ja ne da wäre es gelegen jetzt geht es geht ab und hier wir kommen hier 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 und das ist jetzt eine interessante sache es ist nicht mal schnell hier rein da können wir uns ja hier und und stahl erz ja da holen wir uns schnell erz von uns abo hier so holen wir uns mal hier noch das eisenerz ein bisschen fleisch essen wir sind jetzt wieder zu wir spielen das jetzt wieder zu gefährlich grad ich hoffe dass es uns jetzt noch aufgeklärt wird was dieses verbergen ist ich hoffe es ich hoffe es einfach das muss man auf screen ein bisschen spielen man kann ja ich kann jetzt nicht die nächsten fünf sechs sieben folgen einfach nur was ist das vielleicht wirst du ja da draußen schon da hocken wir einen kommentar schreiben mit ich hoffe dass wir dann hier die mission triggern und dann alles beim alten ist und unser kleid würde dieses verbergen herkriegen oder dass wir vielleicht dann schon eine axt erhalten wäre ja schon mal nicht verkehrt ne ja ja komm die nacht bricht herr ja was auch sonst ja komm ich glaube das triggert jetzt eigentlich glaube ich nur so die ich glaube ich irgendwie nur so die alles voll mit wölfen hier ja ich würde halt schon gerne den stahl auch noch mitnehmen gestern ja ich 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 So, wir brauchen ja diese bessere Spitzhacke, aber die kriegen wir nur mit diesen Verbergen. Ich habe keine Ahnung, was wir mit diesen Verbergen machen können. Oder wo ist das überhaupt? Oh man, vier Stück. So, schnell weg hier, irgendwie nachts kommen wir mal viel mehr Wölfe. Gut, vielleicht, ja, nachtaktiv und so, ne. Ist der Bescheid? Boah. Ah, das geht's. So, die Ecke hier ist richtig nervig. So, wenn wir Level-Ups kriegen hier, sind wir jetzt schon ganz oben mit dabei. Da kommen schon wieder welche, ne. Okay, wirklich nochmal schauen, dass man hier, ja erstmal reparieren, aber vielleicht nochmal schauen, dass wir vielleicht, wenn wir diese Orks hier platt machen. Schlafen wir mal ne Runde. Dann rennen wir mal dahinter, da wo der Bär rumgammelt. Ah, wegen dem Bärenbau, ne. So, dann kommen wir hier. Ha, 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 ha. That's one more for me. Boah, super. Super. Super hat uns halt gar nichts gebracht. Können wir hier raus was machen. Da unten war sie. So. So, Elbenholz. Ja, das lassen wir erstmal. Ich will den Bären jetzt nicht aggressiv machen. Ich will den Bären jetzt nicht aggressiv machen. Gut. Wir haben ja jetzt hier alles, Werkbank. Ah. 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 Gucken wir uns mal hier ein bisschen nach oben. Wir können uns aber mal, ah ne, wir brauchen ja auch dieses Verbergen, ne. Ja. Ja. Ist doch. Was ist das denn? Und das ist das bestimmte. Es ist so, so bestimmte Stoff oder Holzart. Was man jetzt sagt, ah, das Verbergen, das ist so, ja, so bestimmte Stoffarten. Wir gucken mal noch ein bisschen rum. Wohlkopf. 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 Das müsste ja irgendwas sein, was ja auch hier viel rumliegt, ne. Wohlkopf. Mam. ich stehe so kurz davor ich bin da einfach nur da rein wisst ihr was ich habe jetzt noch eine idee okay ich habe jetzt eine ein versuch aber noch fällt nämlich gerade ein kann natürlich jetzt sein dass wir hin und herren müssen aber ist mir gerade wurscht und zwar wir haben die schwarzen diamanten wir schauen jetzt mal hier nehmen die mal mit so wenn immer unseren ganzen kladderadatsch das ist was wir gerade mal nicht brauchen kommen nehmen wir mal ein paar stahl wachen mit elbenholz benötigen wir glaube ich nicht oder nehmen wir auch mal mit kommen so fleisch haben auch da da mache ich mir noch schnell ein süppchen reparieren noch mal kurz schmieden können wir eh nicht denn stahl haben wir eisen haben wir nicht stoff egal eisen haben wir vielleicht noch drüben ich laufe nämlich jetzt rüber wir haben diese schwarzen diamanten noch gebraucht gehabt für irgendein bauwerk was da hinten noch war vielleicht bringt uns das ja dieses verbergen ich habe keine ahnung ich probiere es einfach mal ich laufe jetzt mal dahinter gab es ja noch ein paar sachen die wir bauen konnten ich da nehme ich jetzt lieber noch mal hinter und auf diese zwei drei minuten ich habe jetzt echt keine ahnung was uns hin sollen ich brauche eine bessere weapon für das hä ja nimm doch mal dein teile teile sehr schön so ein paar pilze mitgenommen ja weil das konnten wir auch noch diese rolle ja ich glaube das ist besser wenn wir jetzt hier einmal durchgehen und mal test ich habe ich habe gerade keine ahnung mehr sonst wo wir diesen scheiß herkriegen sollten ist unsere base das lage ist man hier drin da mal noch ein paar sachen können wir mitnehmen nie verkehrt eigentlich na die münze hier wegkommen direkt mitgenommen das einzige was mir echt einfällt oder hat man haufen holz noch mal einmal durch ja weil was was willst du sonst tun was willst du gerade mir fehlen die ideen diese stahl axt noch zu stahl spitzhack und stahl haben wir zu kriegen mir fehlen die ideen mittlerweile gerade ich weiß es echt nicht mein versuch ist es glaube ich wert hier war ja einmal irgendwas ne irgendwie ist es ja so hier unser hauptgebiet schauen wir noch mal was hier was was wir hier tun können ich wie gesagt sonst weiß ich es echt nicht mehr hier dahinten das ding haben wir einen schwarzen ding ins gebraut ne ja benötigen stahl hammer das ist nein nein okay müsste ich ist jetzt doof ist jetzt echt doof hallo ja komm wir gucken uns mal das andere dann noch an dieses komische links mühle da fahren wir die halt mal die färbt einfach nur alles klar ja das war jetzt so unsere hoffnung vielleicht jetzt das hingekriegt hätte aber ja oder halt oder halt dass wir mal jagen vielleicht das fiesch da mal tut mir sehr leid ich muss ich muss mal herausfinden was hier so droppt hier unbekannten urspruchs können neu geworben wird zusammen gepflegt werden hier hier dann würde ich mal sagen ich muss mich jetzt mal informieren ich habe also ich habe mich jetzt die ganze zeit schon informiert aber ich finde einfach nichts dazu ich gucke jetzt einfach nur noch mal und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge bis dann macht's gut holen hier hier